Thomas Müller 13. September 1989 in Weilheim in Oberbayern, ist ein deutscher Fußballspieler. Er steht beim FC Bayern München unter Vertrag, mit dem er mehrmals deutscher Meister und Pokalsieger sowie 2013 Champions-League-Sieger und Klubweltmeister wurde. 2014 wurde er mit der deutschen Nationalmannschaft in Brasilien Weltmeister. Leben Thomas Müller war in seiner Schulzeit Ministrant in seinem Heimatort in Pehl im Pfaffenwinkel. Er hat einen Bruder. Müller besuchte das Gymnasium Weilheim, das er 2008 mit dem Abitur abschloss. Er ist seit November 2009 verheiratet. Seine Ehefrau Lisa Müller ist eine professionelle Pferdezüchterin und Dressereiterin. 2017 spielte Müller gemeinsam mit seiner Frau in einer Folge der Vorabendserie Hubert und Stahler, Staffel 6, Folge 14, mit Vereinskarriere Jugendzeit und Anfänge beim FC Bayern München, bis 2010 Müller, der sowohl als Stürmer als auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, wechselte 2000 vom TSV Pehl in die D-Jugend des FC Bayern München, trainierte aber zunächst weiterhin meist bei seinem Heimatverein. Beim FC Bayern durchlief er fortan sämtliche Jugendmannschaften. Mit der A-Jugend der Bayern wurde er 2007 Meister der A-Junioren-Bundesliga Süd-Südwest und Zweiter in der Endrunde der Deutschen A-Junioren-Meisterschaft, wobei er im Halbfinale und im Finale jeweils ein Tor erzielte. In seinem zweiten Jahr in der höchsten Jugendklasse erzielte er in 26 Spielen 18 Tore. Daraufhin wurde er auch in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Süd eingesetzt. Am 7. März 2008 gab er dort sein Debüt und erzielte auch gleich ein Gioca-Tor. Zu Beginn der Spielzeit 2008-09 in der neu gegründeten bundesweiten Dritter Liga wurde Müller in den Kader der zweiten Mannschaft übernommen, absolvierte jedoch gleichzeitig einen Teil der Vorbereitung mit dem Bundesliga-Kader von Trainer Jürgen Klinsmann. Sein Debüt in der Bundesliga hatte er kurz darauf am 15. August 2008, erster Spieltag, beim 2 zu 2 im Heimspiel gegen den Hamburger SV mit Einwechslung für Miroslav Klose in der 80. Minute. Danach spielte er aber fast ausschließlich in der zweiten Mannschaft, für die er in 32 Spielen 15 Tore erzielte. Erst gegen Ende der Spielzeit kam er zu drei weiteren Einwechslungen im Erstliga-Team. Zudem gab er am 10. März 2009 sein Debüt in der Champions League, als er beim Achtelfinal-Rückspiel gegen Sporting Lissabon in der 72. Minute für Bastian Schweinsteiger eingewechselt wurde, zwei Minuten später ein Tor einleitete und in der 90. Minute das Tor zum 7 zu 1 Endstand erzielte. Im Februar 2009 unterschrieb Müller, der den deutschen Fußballspieler Gerd Müller zu seinen Vorbildern zählt, einen ab Beginn der Saison 2019 gültigen Profi-Vertrag mit Laufzeit bis 2011. Der neue Trainer des FC Bayern, Luis Fano, nahm ihn schon vor Beginn der Saison 2019 in seine erweiterte Stammformerschen auf. So kam Müller vom ersten Spieltag an als Einwechselspieler zum Einsatz. Am 12. September 2009 erzielte er seine ersten beiden Bundesliga-Tore beim 5 zu 1 Sieg im Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund und drückte danach in die Startformation auf. Drei Tage später debütierte er in der Startelf der Bayern im Champions League-Auswärtsspiel gegen Maccabi Haifa, auch dort traf er doppelt. Am 1. Mai 2010, 33. Spieltag, erzielte er alle drei Tore beim 3 zu 1 Sieg über den VfL Bochum und führte damit die Vorentscheidung zur Meisterschaft 2010 herbei. Neben der deutschen Meisterschaft gewann er mit dem FC Bayern München auch den DFB-Pokal und erreichte das Finale der UEFA Champions League, das jedoch mit 0 zu 2 gegen Inter Mailand verloren wurde. Müller wurde in seiner ersten Bundesliga-Saison zum Stammspieler und hatte mit seinen 19 Touren in 52 Pflichtspielen Anteil an den Erfolgen seiner Mannschaft. Stammspieler und das Vizetrippel, 2010-2012 Trotz einiger Angebote ausländischer Vereine bekundete Müller vor der Saison 2010-11, langfristig beim FC Bayern München bleiben zu wollen. Auch in seiner zweiten vollen Bundesliga-Saison kam Müller in allen 34 Saisonspielen zum Einsatz und erzielte im Saisonverlauf erneut 19 Pflichtspieltreffer. Insgesamt verlief die Saison für den Rekordmeister aber weniger erfolgreich. Die Bundesliga-Saison beendete man auf dem dritten Platz, auch in DFB-Pokal, Halbfinal aus, und Champions League, Ausscheiden im Achtelfinale, konnte man die guten Vorjahresergebnisse nicht bestätigen. In der Saison 2011-12 galt er auch unter dem neuen Trainer Jupp Heynckes als einer der zuverlässigsten Spieler im Team. Zwar stand er nicht mehr ganz in vorderster Reihe und kam nur siebenmal, sowie zweimal in Pokal und Champions League, erfolgreich zum Abschluss, spielte aber weiterhin eine wichtige Rolle im offensiven Mittelfeld. Am 31. März 2012 absolvierte Müller im Spiel gegen den 1. FC Nürnberg seinen 100. Bundesliga-Einsatz für Bayern München. Am Ende der Spielzeit hatte er zum dritten Mal in Folge in allen 34 Saisonspielen und damit in 102 Bundesligaspielen in Folge gespielt. Dazu kam er in drei Jahren bis auf eine Gruppenrundenparty in allen Champions League und auch in allen DFB-Pokalpartien zum Einsatz. Die Saisons blieb für den FC Bayern München allerdings titellos, nachdem er in der Bundesliga den zweiten Platz belegte und das Pokalfinale gegen Borussia Dortmund verlor. In der Champions League stand Müller mit dem FC Bayern München in seinem zweiten Finale und erzielte den zwischenzeitlichen Führungstreffer im Spiel gegen den FC Chelsea. Das Finale wurde letztendlich im Elfmeterschießen verloren, sodass der FC Bayern München die Saison mit drei zweiten Plätzen beendete. Gewinn des Triple-On-Rekord von sechs Meisterschaften in Serie, seit 2012. Obwohl Müllers ununterbrochene Serie von Ligiensätzen früh in der Saison 2012-13 geendet hatte und er in insgesamt sechs Saisonspielen nicht eingesetzt worden war, kam er am Ende der Spielzeit auf 13 Ligatreffer. Am 28. Spieltag sicherte er sich mit dem FC Bayern München so früh wie noch nie die Meisterschaft in der Bundesliga. Am 25. Mai 2013 gewann er mit dem FC Bayern München im Londoner Wembley-Stadion das Finale der UEFA Champions League mit 2 zu 1 gegen Borussia Dortmund. Er war im Wettbewerb mit acht Toren bester Torschütze des FC Bayern und hatte vor allem beim 7 zu 0, nach Hinnendrückspiel, im Halbfinale gegen den FC Barcelona mit drei Toren Anteil am Finaleinzug seines Vereins. Mit dem Sieg im DFB-Pokalfinale am 1. Juni 2013 gewann Müller mit dem FC Bayern als erstem deutschen Fußballverein das Triple-M-Herren-Fußball. Insgesamt stellte er mit 23 Pflichtspieltoren eine persönliche Bestmarke auf, obwohl er auf weniger Einsätze gekommen war als in den drei Spielzeiten zuvor. Unter dem neuen Trainer Pep Guardiola kam Müller in der Saison 2013-14 zwar häufiger als in den Vorjahren nur als Einwechselspieler zum Einsatz, konnte seine Torquote aber weiter steigern. So kam er auf insgesamt 26 Pflichtspieltore und trug dazu bei, den Vorjahresrekord der am frühesten feststehenden Meisterschaft in der Bundesliga noch einmal zu verbessern. Im DFB-Pokal erzielte Müller acht Treffer, darunter das Tor zum 2 zu 0 Endstand in der Verlängerung im Pokalfinale gegen Dortmund. In der Champions League verpasste der FC Bayern München zwar die Titelverteidigung, gewann aber im Saisonverlauf mit dem UEFA Super Cup gegen den FC Chelsea und der FIFA-Club-Weltmeisterschaft 2013 im Finale gegen Roger Casablanca zwei weitere Titel. In der Saison 2014-15 gewann Müller mit dem FC Bayern München zum dritten Mal in Folge die Deutsche Meisterschaft. Zum vierten Mal erreichte er dabei seine persönliche Bestmarke von 13 Ligatreffern. Weitere acht Tore erzielte er in der Champions League und im DFB-Pokal, scheiterte aber mit seinem Team in beiden Wettbewerben um Halbfinale. Am sechsten Spieltag der UEFA Champions League-Saison 2014-15 erzielte Müller seinen 24. Treffer in der Champions League und löste damit Mario Gomez, 23 Treffer, als erfolgreichsten Torschützen des FC Bayern in diesem Wettbewerb ab. Am 21. April 2015 erzielte er im Viertelfinal-Rückspiel gegen den FC Porto seinen 27. Treffer in der Champions League und wurde damit auch erfolgreichster deutscher Torschütze des Wettbewerbs. Einzig Gerd Müller war zunächst mit 34 Treffern im Vorgängerwettbewerb Europa-Pokal der Landesmeister noch erfolgreicher. Zur Saison 2015-16. wurde Müller nach Philipp Lahm und Manuel Neuer zum dritten Kapitän des FC Bayern ernannt. Mit dem 4-0-Heimsieg gegen den VfB Stuttgart am 7. November 2015 erreichte er seinen 150. Bundesligasieg im 209. Bundesligaspiel und es damit nach Georg Schwarzenberg der jüngste Spieler, dem 150 Siege in der Bundesliga gelangen. Es gibt niemanden in der Bundesliga, der so wenige Spiele dafür benötigte wie er. Mit einem 4-0-Heimsieg gegen Olympiacospirius am 24. November 2015 erreichte er als jüngster Spieler seinen 50. Sieg in der UEFA Champions League. Am 16. März 2016 traf Müller im Achtelfinale beim 4-2-Sieg N.V. gegen Juventus Turin in der Nachspielzeit zum 2-2. Dies war sein 35. Treffer in der Champions League, womit er Gerd Müller als erfolgreichsten deutschen Torschützen im höchsten europäischen Vereinswettbewerb ablöste. Am 19. April 2016 trug Müller beim 2-0-Sieg im Pokalhalbfinale gegen Werder Bremen mit zwei Toren zum Finaleinzug und erzielte dabei seinen 150. Pflichtspieltreffer im 347. Pflichtspiel. Am vorletzten Spieltag wurde die vierte deutsche Meisterschaft in Folge perfekt gemacht. Mit seinen 20 Saisontoren in der Bundesliga stellte Müller einen neuen persönlichen Rekord auf. Beim Pokalsieg am 21. Mai 2016 gegen Borussia Dortmund nach 4-3 im Elfmeterschießen verwandelte Müller den Elfmeter zum zwischenzeitlichen 3-2 und gewann zum vierten Mal das Double. 2018 gewann er zum sechsten Mal in Folge die deutsche Meisterschaft. Im Dezember 2015 verlängerte Müller seine Vertragslaufzeit beim FC Bayern München bis zum 30. Juni 2021. Nationalmannschaft Juniorenauswahl Erstmals für eine deutsche Juniorenauswahl spielte Thomas Müller in der U16, sechsmal kam er dort zum Einsatz. Danach wurde er nur noch unregelmäßig berufen, das nächste Mal in die U19, für die er dreimal spielte. Für die U20 spielte er einmal am 3. September 2008 gegen Österreich und erzielte den Treffer zum 4-2-Endstand, sagte dann aber die Teilnahme an der U20-Weltmeisterschaft 2009 in Ägypten selbst ab, um seinen Stammplatz in der Bundesliga nicht zu verlieren. Am 11. August 2009 wurde Müller erstmals in die U21-Nationalmannschaft berufen, das Spiel gegen die Türkei wurde mit 1 zu 3 verloren. Sechsmal spielte er für die älteste Juniorenmannschaft. A-Nationalmannschaft Am 6. November 2009 wurde Müller für das Testländerspiel gegen die Elfenbeinküste in die A-Nationalmannschaft eingeladen. Seine Aufnahme in den A-Kader wurde jedoch kurz darauf verworfen, da er zunächst noch für die U21 in der Junioren-EM-Qualifikation gegen Nordirland und San Marino eingesetzt werden sollte. Darauf hatte sich Bundestrainer Joachim Löw mit U21-Coach Rainer Adrian verständigt. Am 21. Januar 2010 wurde Müller von Löw eingeladen, an einem Leistungstest der Nationalmannschaft im Hinblick auf die WM 2010 in Südafrika teilzunehmen. Am 3. März 2010 debütierte Müller in der deutschen A-Nationalmannschaft. In der heimischen Allianz Arena stand er von Beginn an gegen Argentinien auf dem Platz. Das Spiel endete 0 zu 1. In der 67. Minute wurde er für den zweiten Debütanten des Abends, Toni Kroos, ausgewechselt. WM 2010 Am 6. Mai 2010 wurde er von Bundestrainer Löw in den erweiterten Kader und kurz vor der Abreise nach Südafrika in das endgültige Aufgebot für die WM 2010 berufen. Im ersten Gruppenspiel erzielte er beim 4 zu 0 Sieg gegen Australien seinen ersten Treffer in einem Ahländer-Spiel und bereitete zudem einen weiteren Treffer vor. Beim 4 zu 1 Sieg gegen England im Achtelfinale schoss Müller zwei Tore, das 3 zu 1 und das 4 zu 1, und legte ein weiteres Tor für Lukas Podolski auf. Im Viertelfinalspiel gegen Argentinien erzielte er mit einem Kopfballtor in der dritten Minute das 1 zu 0 Tim in der 35. Minute erhielt er wegen eines Handspiels seine zweite gelbe Karte der WM und war damit für das Halbfinalspiel am 7. Juli 2010 gegen Spanien gesperrt. Beim 3 zu 2 Sieg im Spiel um den dritten Platz gegen Uruguay erzielte Müller das 1 zu 0 und damit sein fünftes Tor im Turnier, womit er vom Miroslav Klose zum erfolgreichsten Torschützen der deutschen Mannschaft beim Turnier in Südafrika avancierte. In den Spielen gegen England und Uruguay wurde er zum Main-of-the-Match gewählt. Mit fünf Toren und drei Torvorlagen erhielt Müller den goldenen Schuh als Torschützenkönig der WM 2010. Nach Gerd Müller, 1970, und Miroslav Klose, 2006, war er der dritte deutsche Spieler, dem dies gelang. Zudem wurde er als bester junger Spieler ausgezeichnet. EM 2012 Nach seinem Durchbruch nahm er weiterhin die Stammposition als rechter Außenstürmer der Nationalmannschaft ein. Unter anderem spielte er alle zehn Spiele der Qualifikation für die Europameisterschaft 2012, die, erstmals von einem deutschen Nationalteam, alle gewonnen wurden. Dazu steuerte Müller drei Tore und sieben Torvorlagen bei. Im Mai 2012 wurde er in das EM-Aufgebot berufen und stand dort in der ersten Elf, die in der Gruppenphase auflief. Im Viertelfinale stellte Trainer Löw eine komplett neue Sturmformischen zusammen, erst beim Stand von 2 zu 1 für Deutschland gegen Griechenland wurde Müller eingewechselt. Im Halbfinale gegen Italien, 1 zu 2, kam er in der 71. Minute als letzte Offensivmaßnahme für einen Abwehrspieler noch ins Spiel. In keinem der fünf Turnierspieler erzielte er ein Tor oder gab eine erfolgreiche Vorlage. WM 2014 Auf dem Weg zu seiner zweiten Weltmeisterschaftsteilnahme lief Müller erneut in allen zehn Qualifikationsspielen für die Nationalmannschaft auf. Zur erfolgreichen Qualifikation für die WM 2014 in Brasilien steuerte er dabei vier Tore und sechs Torvorlagen bei. Im ersten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft bei der WM Endrunde am 16. Juni 2014 in Salvador da Bahia erzielte er beim 4 zu 0 Sieg über Portugal drei Tore, beim dritten Gruppenspiel gegen die USA eines. Im Halbfinale gegen Brasilien erzielte er mit dem Treffer zum 1 zu 0 beim 7 zu 1 Sieg das 2000. Tor der deutschen Nationalmannschaft. Damit hatte er bei Weltmeisterschaften zehn Tore in zwölf Spielen erzielt und belegte zusammen mit Helmut Rahn den vierten Platz in der Rangliste der besten Torschützen des DFB bei Weltmeisterschaften. Er ist der erste deutsche Spieler, der drei Tore in einem Spiel gegen eine Mannschaft der Top-10 der FIFA-Weltrangliste erzielte, und der erste WM-Torschützenkönig, der bei der folgenden WM fünf Tore erzielte. Am 13. Juli 2014 gewann er mit der deutschen Mannschaft in Rio de Janeiro nach einem 1 zu 0 Sieg im Finale der WM nach Verlängerung gegen Argentinien den Weltmeistertitel. EM 2016 Auf dem Weg zur Europameisterschaft 2016 bestritt Müller neun von zehn Qualifikationsspielen. Mit neun Toren und zwei Torvorlagen war er bester Torschütze der Mannschaft, die sich für das Turnier in Frankreich qualifizierte. Am 29. März 2016 führte Müller die DFB 11 beim Testspiel gegen Italien erstmals als Kapitän auf den Platz. Er stand im Kader der Nationalmannschaft für die Europameisterschaft 2016 und bestritt alle Turnierspiele über die volle Spielzeit. Er blieb jedoch auch bei dieser EM torlos und vergab auch im Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen Italien seinen Elfmeter. Dafür war er Vorbereiter des deutschen Tors im letzten Gruppenspiel beim 1 zu 0 Sieg über Nordirland. Das Team schied im Halbfinale gegen Gastgeber Frankreich aus. WM 2018 und Folgezeit Bei der Weltmeisterschaft 2018 spielte Müller bei den beiden ersten Vorrundenspielen gegen Mexiko, 0 zu 1, und Schweden, 2 zu 1, über die volle Distanz. Nach zuvor eher schwachen Leistungen saß Müller im dritten Vorrundenspiel gegen Südkorea, in dem es um den Einzug ins Achtelfinale ging. Auf der Auswechselbank, Leon Goretzka erhielt den Vorzug. In der 63. Minute wurde Müller schließlich beim Stand von 0 zu 0 für Goretzka eingewechselt. Doch auch Müller, der nicht mehr an seine Form wie bei der WM 2010 und der WM 2014 anknüpfen konnte, schaffte es nicht, Deutschland den Einzug ins Achtelfinale zu ermöglichen. Stattdessen gelangen Südkorea in der Nachspielzeit noch zwei Treffer, wodurch Deutschland durch die 0 zu 2 Niederlage erstmals in der WM-Geschichte bereits nach der Vorrunde ausschied. Müller war bei dem Turnier, im Gegensatz zu den vorhergehenden Weltmeisterschaften, kein Tor und keine Torvorlage gelungen. Nach der WM äußerte Müller, dass das frühzeitige Ausscheiden auch eine Quittung für das Störfeuer von außen sei, wenn du Weltmeister bist, dann stehst du unter besonderer Beobachtung und musst dich mit vielen Dingen auseinandersetzen, die gar nichts mit Fußball zu tun haben. Damit spielte Müller auch auf den Erklar um das Treffen Mesut Özil und Ilkay Gündoans mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan an. Am 19. November 2018 bestritt er in Gelsenkirchen im letzten Gruppenspiel der Nations League beim 2 zu 2 Unentschieden gegen die Nationalmannschaft der Niederlande sein 100. Länderspiel, als er in der 66. Minute für Serge Njabry eingewechselt wurde. Im März 2019 kündigte Löw einen Umbruch in der Nationalmannschaft an und gab bekannt, dass die Bayern-Spieler Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels zukünftig nicht mehr Teil des DFB-Kaders sein werden. Müller zeigte sich enttäuscht, perplex sowie sauer über die Art und Weise der Entscheidung. Er kritisierte zudem die suggerierte Endgültigkeit der Entscheidung. Außerdem kritisierte er, wenn, kurz nachdem wir von der Entscheidung des Bundestrainers erfahren haben, vorgefertigte Statements seitens des DFB- und des DFB-Präsidenten an die Presse rausgegeben werden, ist das aus meiner Sicht kein guter Stil und hat mit Wertschätzung nichts zu tun. Vielfach wurde Löw für den Zeitpunkt, die Endgültigkeit und die Art und Weise der Bekanntgabe der Entscheidung kritisiert. Spielstatistik Die Tabelle enthält die Anzahl aller Einsätze, getrennt nach Wettbewerben und Saison für Saison minus. Die Müller für den FC Bayern München in Pflicht spielen und die Nationalmannschaft bestritten hat einschließlich der erzielten Tore. Die beiden Platzierungsspieler für die Champions League 2011 Zwölftel wurden mit berücksichtigt.